In diesem Video möchte ich mit euch eines der grössten deutschen Unternehmen analysieren. Die Rede ist von Siemens. Stand heute, 6. Januar 2024, ist Siemens das zweitgrösste Unternehmen im DAX, also gemäss der Marktkapitalisierung. Und die Aktie hat gerade in den letzten Wochen eine ordentliche Rallye hingelegt. Und deshalb ist es jetzt sicher mal angebracht, sich das Unternehmen im Detail anzuschauen, ob die Aktie von Siemens auch für dieses Jahr ein spannendes Investment sein könnte. Wir schauen uns an, wie Siemens seine Gewinne und Umsätze erzielt, ob man sich gegenüber der Konkurrenz behaupten kann, ob ein so alteingesessener Konzern überhaupt noch in der Lage ist, für seine Aktionäre einen grossen Mehrwert zu schaffen. Wir werfen natürlich auch einen Blick auf die Bewertung von Siemens, schauen uns an, wie wir aus der fundamentalen Perspektive den Konzern bewerten können. Wir werfen aber natürlich auch wie immer einen Blick auf die technische Analyse, um zu schauen, wie die Psychologie momentan bei der Aktie von Siemens hier steht und ob sich ein Einstieg aufdrängt oder ob man gegebenenfalls eher noch etwas warten sollte. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir gehen gleich rein in die Analyse und wie jedes Mal schauen wir uns zunächst mal an, wie sich die Aktie von Siemens in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Hierzu werfen wir auch einen Blick auf Konkurrenzunternehmen von Siemens. Dazu muss man natürlich sagen, Siemens ist ein Mischkonzern, also man ist in sehr vielen Bereichen tätig. Deshalb lässt sich auch nicht ein direkter Konkurrenz von Siemens bestimmen. Das sind quasi fast alle Unternehmen auf der Welt, die konkurrenzieren ein Stück weit mit Siemens. Ich habe mir jetzt einfach mal zwei Unternehmen herausgesucht, die ABB und die General Electric. Und als Vergleichsindex, wie jedes Mal, immer der S&P 500 Total Return. Das ist quasi der grösste Index für die USA, aber schlussendlich auch für die ganze Welt, wenn man so will, wo auch nicht nur die Rendite der Aktien mit eingerechnet ist, sondern auch die Dividende. Also, alles zusammengerechnet, General Electric in den letzten fünf Jahren 161% Rendite gemacht. Ja, das ist tatsächlich so. Das würde man gar nicht erwarten. Bei einem so alteingesessenen, grossen Konzern. Danach ABB auch 125%, also auch den gesamten Markt, den breiten Markt geschlagen. Und dann etwas abgeschlagen, aber immer noch eine einigermassen ordentliche Rendite hätte man mit Siemens erzielt in den letzten fünf Jahren. Das sind 93% inklusive Dividende. Und somit hätte man den Gesamtmarkt ganz leicht nicht geschlagen, ist aber sehr nah dran. Und ja, man hätte hier im Prinzip auch eine durchschnittliche Rendite gemacht, auf das Jahr von etwa 8%. Das entspricht auch etwa dem, das man von einem breiten Markt erwarten kann. Also, schauen wir uns das Ganze nochmal hier aus einer folgenden Perspektive an. Was wäre passiert, wenn man 10.000 Euro in die Siemens-Aktie investiert hätte, und zwar genau vor zehn Jahren. Wir hätten Kursgewinne erzielt von etwa 8.000 Euro und wir hätten Dividenden erzielt von etwa 4.000 Euro, zusammen etwa 12.000 Euro Gesamtrendite, die dazugekommen wäre. Also, man hätte heute etwa ein Vermögen von 22.000 Euro. Und das wäre aufs Jahr heruntergerechnet, als zusammen eben genau diese Rendite von etwa 8,2%. Somit eine durchschnittliche Rendite, kein Ausreisser nach oben, aber auch kein Ausreisser nach unten. Was wir hier schon auf den ersten Blick sehen, ist, dass das Ganze sehr volatil verlaufen ist. Also, wir haben keine Entwicklung des Kurses, die relativ linear verlaufen ist, sondern immer wieder mit grossen Schwankungen. Und ich meine wirklich grosse Schwankungen. Also, es gibt auch mal Einbrüche von 50%. Die sind bei der Siemens-Aktie überhaupt nichts Aussergewöhnliches. Das werden wir uns danach aber ganz am Schluss bei der technischen Analyse nochmal etwas genauer anschauen. Also, jetzt hier ein Blick auf die wichtigsten Kennzahlen, damit wir wissen, mit was wir es zu tun haben bei Siemens. Wir haben aktuell einen Börsenwert von etwa 128 Milliarden Euro. Das entspricht somit der zweitgrössten Position im DAX, rein vom Börsenwert her. Also, wirklich ein Schwergewicht. Wir haben eine Jahresperformance bei der Aktie gesehen von 19%. Also, das letzte Jahr war für Siemens-Aktionäre durchaus erfreulich. Wir haben einen Umsatz erzielt per Ende 2023 von 77,8 Milliarden. Das ist ein neuer Umsatzrekord, kann man an der Stelle auch gleich sagen. Was wir jetzt hier sehen, ist der Zuwachs des Umsatzes über die letzten fünf Jahre ist rückläufig, minus 2,56%. Da würde man jetzt im ersten Moment denken, oh, das ist doch schlecht. Aber das ist natürlich auch begründbar. Da gehen wir auch noch darauf ein, wieso das so ist. Wir haben einen Jahresgewinn gesehen von etwa 8 Milliarden. Auch das ein Rekordergebnis. Der Zuwachs des Gewinns im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre liegt bei jährlich etwa 11,4%. Also, durchaus auch noch eine zweistellige Wachstumsrate. Das ist grundsätzlich auch positiv zu werten. Gerade für einen so wirklich etablierten Konzern ist das gar nicht mal so schlecht. Also, Siemens. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail eingehen. Bitte schaut doch die Webseite an von Siemens. Wer noch interessiert, was Siemens hier alles anbietet, was für Produkte. Da könnte man jetzt fünf Stunden darüber sprechen, weil das ist ein Mischkonzern, ein Konglomerat, wo man einfach in verschiedenen Sektoren, verschiedenen Branchen unterwegs ist und tausende von Produkten herstellt. Ganz kurz gesagt, wir sind tätig im Bereich Antriebstechnik, Motoren etc., im Bereich Energie, im Bereich natürlich auch Finanzierungen von grossen Projekten zur Umsetzung von Energie, Dienstleistungen etc. Wir sind aber auch im Bereich Gebäudetechnik sehr gross dabei. Also, da sind wirklich massenhaft Produkte drin. Ihr könnt euch das wirklich im Detail mal anschauen. Der Bereich Healthy Nears, das ist die Gesundheitssparte von Siemens. Die hat man auch abgespalten und ist jetzt auch als separates Unternehmen an der Börse erhältlich, wenn man nur an diesem Teil interessiert ist. Gehen wir aber auch nochmal im Detail darauf ein. Dann die Industrieautomatisierung. Da kann man im Prinzip auch sagen, Siemens positioniert sich eigentlich so ein bisschen als Bindeglied zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt. Also, man versucht hier Schnittstellen zu schaffen durch Software, aber auch durch Produkte, durch künstliche Intelligenz, um hier quasi einfach die Industrie ins digitale Zeitalter zu führen. Das hat man sich bei Siemens sehr dick auf die Fahne geschrieben. Dafür ist man bekannt und kann sich auch immer wieder sehr grosse Aufträge sichern in diesem Bereich. Dann haben wir das Thema Services, ganz allgemein, wo man dann einfach quasi Serviceangebote, rund um alle Angebote natürlich anbietet. Wir haben das Thema Siemens Mobility. Im Nah- und Fern- und Güterverkehr ist man hier tätig. Man kennt das, die Züge von Siemens. Man kennt wirklich sehr viele Produkte im Bereich Mobilität. Da ist man auch ganz, ganz gross im Geschäft drin. Und natürlich Software haben wir schon angesprochen. Und also wirklich, man findet kaum einen Bereich, wo man nicht tätig ist. Als Privatperson kennt man Siemens vielleicht auch von Haushaltsgeräten, von Backöfen, Steamern. Also wir haben bei uns, wo wir unsere Wohnung geplant haben und realisiert haben, haben wir auch zum Beispiel Geräte von Siemens drin. Und bis jetzt, Stand heute, sind wir da ganz, ganz zufrieden damit. Also man kommt eigentlich gar nicht drum herum um den Konzern Siemens. Und man ist nicht nur in Europa tätig, sondern auch weltweit. Das schauen wir uns nachher natürlich nochmal an. Mehr will ich jetzt gar nicht hier drüber verlieren, über die einzelnen Produkte, weil das würde den Rahmen dieser Analyse komplett sprengen. Vielleicht einfach ein paar Grafiken, Statistiken hierzu noch. Die weltweit grössten Industriekonglomerate, basierend auf dem Marktwert per Mai 2021. Da ist Siemens auch ganz vorne dabei. Und zwar an Rang oder auf Platz, das wäre jetzt hier Platz 5, mit etwa 130 Milliarden Marktkapitalisierung. Da hätten wir natürlich noch Honeywell. Das kennt der eine oder andere auch noch von euch. Wir kennen aber natürlich auch Denahir. Das ist auch so ein klassisches Industriekonglomerat, wo man verschiedene Dienstleistungen, Produkte vereint in einem Konzern. Die sind noch etwas grösser. Dann haben wir aber natürlich noch Reliance Industries aus Indien. Das ist Stand Mai 2021 der grösste Industriekonzern, wenn man so will, weltweit. Also da spielt sich nicht alles nur in den USA ab, sondern durchaus auch hier in Indien, wo man da ganz gross dabei ist. Also wir haben es mit einem wirklich internationalen Player zu tun. Wir sind nicht nur in Deutschland tätig. Das sagt auch diese Statistik hier aus. Dann einfach mal vielleicht in verschiedenen Sektoren. Ich habe mir jetzt mal einen Sektor ausgesucht. Die grösste deutsche Maschinen- und Anlagebauunternehmen nach Umsatz im Jahr 2022. Da ist man natürlich mit Siemens Energy und Siemens an sich absolut an der Spitze. Also weit vor Bosch, weit vor ThyssenKrupp, wo man sich hier positioniert hat. Also das ist eine ganz andere Liga. Da ist man wirklich an der Spitze dabei. Und da könnte man sich jetzt verschiedene Branchen raussuchen, wo man immer unter den Top-5-Platzierungen ist, rein was der Umsatz angeht, in verschiedenen Segmenten, in verschiedenen Branchen. Das würde jetzt hier den Rahmen aber auch sprengen. Was ich jetzt interessanter finde, ist einfach mal, wenn wir uns ganz kurz das Ergebnis 2023 anschauen von Siemens. Die Quelle ist jetzt hier direkt Siemens selbst. Also man hat hier das Jahr 2021 durchaus erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatzerlös ist um etwa 11% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Wir haben natürlich auch einen neuen Rekordergebnis erzielt beim Free Cashflow. Der liegt auf Konzernebene mittlerweile bei 10 Milliarden Euro. Das heisst, bei Ende des Geschäftsjahres sind eigentlich 10 Milliarden ins Unternehmen reingeflossen. Dadurch kann man dann wieder Dividenden bezahlen. Dadurch kann man neue Innovationen vorantreiben. Dadurch kann man neue Akquisitionen tätigen. Also man ist hier wirklich nach wie vor ein Unternehmen, ein Konzern, das sehr viel Geld anzieht, sehr viel Geld erwirtschaftet nach wie vor. Wir sehen das dann auch bei den Margen. Die steigen kontinuierlich. Das ist auch sehr erfreulich. Der Gewinn nach Steuern ist auch auf einem historischen Höchststand, wie wir es gesehen haben, 8,5 Milliarden Euro. Der hat sich annähernd verdoppelt gegenüber dem Geschäftsjahr 2022. Da muss man aber aufpassen. Das Geschäftsmodell von Siemens ist sehr zyklisch. Also es gibt immer wieder grosse Schwankungen beim Ergebnis. Da kann man jetzt nicht sagen, dass jedes Jahr der Gewinn verdoppelt wird. Das ist definitiv nicht so. Schauen wir uns auch noch im Detail an. Und der Ausblick fürs Jahr 2024 ist natürlich auch immer sehr interessant. Hier geht man davon aus, dass man den Umsatz noch mal in etwa 4 bis 8 Prozent steigen kann. Also nicht mehr in dem Rahmen, das man jetzt im Jahr 2023 erzielt hat. Da ist man etwas konservativer unterwegs. Aber auch der Gewinn soll in einem sehr gesunden Rahmen sich weiterentwickeln. Also man ist verhalten optimistisch. Nicht mehr ganz so optimistisch wie jetzt im Jahr 2023. Das ist aber für ein zyklisches Unternehmen natürlich ganz normal. Dass wenn wir natürlich auch gewisse Rezessionsthematiken mit einrechnen, dass hier der Umsatz auch nicht jedes Jahr steigt. Oder zumindest das Wachstum nicht immer massiv anzieht. Das ist ganz normal. Also hier wirklich ein sehr schönes Jahr, ein sehr schönes Ergebnis. Das freut natürlich die Aktionäre von Siemens sehr. Die Aktionärstruktur finde ich noch interessant. Wir haben mit der Familie Siemens einen Grossaktionär, wenn man so will. Also der grösste Einzelaktionär von Siemens ist tatsächlich die Familie Siemens mit fast 7% Anteil. Das ist wirklich aussergewöhnlich, kann man so sagen. Also wenn man sich überlegt, einer der grössten Industriekonglomerate der Welt wird eigentlich nach wie vor von einer Familie mehr oder weniger gesteuert. Also gesteuert. Zumindest hat man hier einen beachtlichen Anteil der Aktien nach wie vor in Familienbesitz. Ansonsten haben wir die Katar Investment Authority, also quasi der Staatsfonds, wenn man so will, von Katar, der norwegische Staatsfonds, der hier gross beteiligt ist. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, die klassischen grossen Investmentsfonds, die natürlich auch in Siemens dabei investiert sind. Ich habe es angesprochen, die Familie Siemens. Gemäss dem Manager-Magazin ist man auf Platz 25 der reichsten deutschen Familien. Also das ist auch noch interessant. Also ja, das ist ein riesen Konzern. Die Familie hält hier auch einen ordentlichen Anteil. Und trotzdem ist man jetzt nicht gerade unter den Top Ten der reichsten Familien. Also da muss man schon nach wie vor sagen, in Deutschland gibt es sehr viele, sehr vermögende Familien, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Das sind jetzt nicht in erster Linie diejenigen, die man hier vermutet, eben mit der Familie Siemens. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich hier ein Gesamtvermögen. Je nachdem, wenn man es anschaut, die Aktie von Siemens hat jetzt wieder etwas zugelegt. Deshalb, da hat man noch ein Vermögen ausgewiesen von 7,5 Milliarden Euro. Das wird Stand heute wahrscheinlich noch etwas höher liegen. Vielleicht ist man jetzt auch von der Platzierung etwas weiter vorne. Aber einfach mal, dass man so sieht, hey, da ist eine Familie dahinter, die ist sehr vermögend und die hat immer noch Anteile und hält an Siemens fest. Ich habe es bereits angesprochen, Siemens Healthineers, also quasi der Gesundheitssparte von Siemens, die hat man separat quasi ausgegliedert aus Siemens und kann man einzelne Aktien direkt selbst erwerben. Wenn man sagt, hey, ich will sonst mit dem Konzern Siemens nichts zu tun haben, nur von der Gesundheitssparte profitieren, kann man das machen. Hier kann man auch sehen, dass Siemens nach wie vor mehr als 75% der Anteile hält. Also drei Viertel sind schlussendlich immer noch im Besitz von Siemens. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Zum einen haben wir ja gesehen, dass gerade auch der Umsatz von Siemens immer wieder sehr stark schwankt, auch mal eingebrochen ist. Und das ist schlussendlich auch der Effekt, den wir sehen, dass halt wenn so Bereiche ausgegliedert werden, wird der Umsatz nicht mehr auf Konzernebene oder bei Siemens an sich, bei der Siemens AG ausgewiesen. Und das sieht dann im ersten Moment so aus, als ob der Umsatz zurückgeht, hat aber vielleicht genau mit solchen Details zu tun. Auch hier Siemens Energy wurde ausgegliedert. Da hält man noch etwa 32%. Dieser Umsatz, der hier erzielt wird von Siemens Energy, wird nicht mehr bei der Aktie von Siemens, beim Unternehmen Siemens ausgewiesen. Und deshalb hier ein Rückgang des Umsatzes. Das hat aber überhaupt nichts zu tun, dass man jetzt hier schlecht gewirtschaftet hat, sondern einfach rein verwaltungstechnisch, dass man halt mal eine Sparte ausgliedert, separat an die Börse bringt, hat oftmals den Hintergedanken, dass man den Effekt sieht, dass einzelne Segmente an sich sich ein bisschen besser entwickeln können, wenn man nicht in einem so grossen Konglomerat eingebunden ist. Der Trend sieht man jetzt relativ häufig, dass es immer wieder so Ausgliederungen gibt. Das macht durchaus auch Sinn. Aber da muss man dann immer schauen, wenn man sich Bilanzen anschaut, dass man hier das Ganze nicht falsch interpretiert. Also, wer sitzt an der Spitze? Das ist Roland Busch. Man kann jetzt über diese Person recherchieren und schauen. Man findet keine grossen Skandale. Man findet auch keine wahnsinnig grossen, spektakulären Dinge, die diese Person getätigt hat oder irgendwelche wahnsinnigen Innovationen, die man vorangetrieben hat. Also, es ist nicht vergleichbar mit einem Elon Musk. Und das ist ja vielleicht auch genau das, was viele Aktionäre suchen. Eine Person, die bereits seit Jahrzehnten im Konzern tätig ist und jetzt an der Spitze sitzt, die sehr viel Einblick hat in das Geschehen und durchaus auch gut ankommt bei Analysten. Man findet wirklich keine negativen Schlagzeilen zu dieser Management-Führungsperson. Die Umsatzentwicklung von Siemens, ich habe es bereits angesprochen, sieht im ersten Moment nicht so schön aus. Wir sehen hier genau den Einbruch vom Geschäftsjahr 2016-17 zum Geschäftsjahr 2017-18, dass hier der Einbruch gekommen ist. Seitdem geht es aber wieder nach oben. Das hat jetzt tatsächlich nichts zu tun mit einer grossen Krise oder so, sondern eben die Segmente Gas und Power und die erneuerbaren Energiesparte von Siemens, die wurde ausgegliedert in Siemens Energy. Und deshalb, hier steht es auch, wurden eigentlich schlussendlich dann die Umsatzergebnisse hier herausgerechnet und das Ganze auch auf die Vorjahrswerte von dem Geschäftsjahr 2017-18, 2018-19 angepasst. Und deshalb sieht das jetzt im ersten Moment so aus. Seitdem gehen aber die Umsätze auch weiter nach oben. Also von dem her, aufpassen, solche Zahlen, wenn man solche Einbrüche sieht, immer hinterfragen, was ist hier los? Ist das wirklich ein Problem oder gibt es hier Gründe, die das Ganze auch schlussendlich erklären lassen? Die Umsatzentwicklung nach Segmenten hier vom Jahr 2022 und 2023, da sehen wir auch eine sehr schöne Diversifizierung. Also eben diese Gesundheitssparte von Siemens, die macht etwa 28 Prozent der Gesamtumsätze aus. Das Segment Digital Industries etwa auch 28 Prozent. Smart Infrastructure etwa 25 Prozent, Mobility etwa 14 Prozent und dann der Rest ist dann eher vernachlässigbar. Aber man sieht hier wirklich die einzelnen Segmente, die einzelnen Sparten, wie schön man hier relativ gleichmässig diversifiziert ist. Hier lässt sich vielleicht gerade das Thema Smart Infrastructure herausstreichen. Vom Streichen vom Wachstum her gegenüber dem Vorjahr mit 15, mehr als 15 Prozent. Ein sehr starkes Segment, das auch sehr umsatzträchtig ist. Letztlich das Thema Siemens Healthineers, also die Gesundheitssparte, die hat leicht einen Umsatzeinbruch gehabt. 0,0,26 Prozent, also das ist ein bisschen die Schwachstelle von Siemens. Das muss man hier ganz klar so sehen. Und gleichzeitig aber nach wie vor das umsatzstärkste Segment. Also das wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, wird es in ein, zwei Jahren so weit kommen, dass die anderen Branchen, die Digital Industries, Smart Infrastructure, umsatztechnisch hier wichtiger werden und zu den wichtigsten Segmenten zählen werden gegenüber dem Gesundheitssegment von Siemens. Genau. Dann die Umsatzverteilung nach Regionen, natürlich auch immer sehr interessant. Gerade für diejenigen, die vielleicht Investments suchen ausserhalb von Deutschland, weil man vielleicht in seinem Portfolio schon Aktien hat, die nur in Deutschland von Unternehmen, die nur in Deutschland tätig sind. Man denkt ja auch immer Siemens, deutsches Unternehmen. Ja, da investiere ich lieber in ein anderes Unternehmen, dass ich hier international besser diversifiziert bin. Ja, aber muss man ehrlicherweise sagen, in Europa, also in EMEA, erzielt man 30 Prozent des Umsatzes, plus Deutschland separat nochmal 20 Prozent, dann etwa 25 Prozent in den USA und nochmal etwa 22 Prozent in Asien und Australien. Also man ist wirklich weltweit sehr gut diversifiziert, aber mit einem deutlichen Fokus auf Europa, wenn man so will. Genau. Aber wirklich international gut aufgestellt. Und wir sehen auch das Wachstum, das ist jetzt hier eigentlich gegenüber dem Vorjahr in Deutschland oder in Amerika, aber das ist von der Gewichtung her nicht so relevant. Von dem her sagen wir mal in EMEA und in Deutschland hat man das stärkste Wachstum erzielt und in Asien das schlechteste. Das hat natürlich auch mit der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung im asiatischen Raum zu tun. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Bereich Asien schon noch ein bisschen der geografische Bereich von Siemens, wo man sich durchaus weiteres Wachstum erhofft. Das heisst, wenn die Wirtschaft von China etc. wieder sich ein bisschen stabilisiert, wieder besseres Wachstum da ist, kann man da natürlich auch profitieren, weil wir sind ja einfach von den Produkten, von den Dienstleistungen, von den Services, die wir bei Siemens anbieten, unglaublich gut positioniert, ein Land wie China in die Zukunft zu führen, mit neuen intelligenten Zügen, mit Dienstleistungen, die die Industrie ins digitale Zeitalter überführen. Also da hat man durchaus weiterhin Chancen, aber das Ganze natürlich auch weltweit schlussendlich ist man hier wirklich ganz gut aufgestellt. Also schauen wir uns noch die Prognosen an bezüglich der Umsatzentwicklung von Siemens. Da sehen wir eigentlich eben, dass wir jetzt dieses Jahr ein neues Rekordergebnis erzielt haben. Also sprich, wenn man jetzt natürlich hier die ganzen Siemens Energy Hellfineers noch dazu rechnen würde, dann wäre das tatsächlich ein Rekordergebnis. Aber für die nächsten Jahre geht man auch von einem weiteren Wachstum aus. Für das nächste Jahr rechnet man mit etwa 81,2 Milliarden Umsatz, danach etwa 85,3 Milliarden und 2026 werden dann etwa 90 Milliarden Umsatz angepeilt. Also das soll auch hier weitergehen. Wenn wir uns jetzt die Umsatzentwicklung anschauen, sind die Prognosen auch relativ gut getroffen worden aufs Jahr. Das hat ganz gut so hingehauen. Von dem her sind natürlich diese Prognosen auch relativ, was den Umsatz betrifft, durchaus realistisch. Jetzt hier die, vor allem die Margenentwicklung, über den Umsatz haben wir gesprochen. Das lässt sich erklären, wieso das hier der Einbruch kam. Aber was natürlich erfreulich ist, ist vor allem die Margensituation. Also wenn wir uns die operative Marge anschauen vor zehn Jahren, da lag die bei 6,6 Prozent. Heute ist sie bereits doppelt so hoch bei etwa 12,3 Prozent. Auch die Nettomarge, damals vor zehn Jahren etwa bei 5,6 Prozent, jetzt bereits schon über 10 Prozent. Also wir sehen hier wirklich, diese Margen sind schön angestiegen. Und das ist wirklich für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil das bedeutet nichts anderes, dass man auch seine Profitabilität steigen kann, dass man am Markt sich gut durchsetzen kann, auch gegenüber der Konkurrenz. Dass man offenbar in der Lage ist, seine Preise zu erhöhen oder seine Kosten dementsprechend immer weiter zurückzufahren. Und das ist eigentlich ein sehr gesundes Zeichen. Das sehe ich immer wieder sehr gerne. Und das ist hier bei Siemens absolut gegeben. Die Gewinnentwicklung, die ist sehr schwankend. Das muss man einfach so sagen. Das hat schlussendlich dann auch damit zu tun, wie sich der Aktienkurs von Siemens entwickelt. Also wir sehen wirklich immer wieder über lange Zeit hinweg so ein bisschen gleichbleibende Gewinne. Jetzt haben wir mal wirklich einen Ausreisser beim Gewinn. Ja, Geschäftsjahr 2023. Aber ansonsten wirklich immer sehr stark schwankend. Und das ist auch mit der Grund, weshalb es dann schlussendlich so schwer fällt, einen fairen Wert für die Aktie zu bestimmen. Weil wir einfach keine konstant steigenden Gewinne haben. Sehr stark schwankend, sehr volatil. Und daraus eine Aussagekraft zu treffen, auch in die Zukunft das Ganze zu projizieren und zu sagen, okay, in den nächsten ein, zwei Jahren wird dieser und dieser Gewinn erzielt, ist sehr schwierig. Und deshalb die Aussagekraft, wir werden es im Nachgang dann auch sehen, eines fairen Wertes für mich absolut schwierig zu bemessen. Prognosen beim Gewinn. Auch die, jetzt in diesem Jahr haben wir eben einen Gewinn pro Aktie erzielt von etwa 9,9 Euro pro Aktie. Im nächsten Jahr wird das etwa bei 10,5 Euro liegen, danach etwa bei 11,7. Das soll auch weiterhin so gesteigert werden können. Also der Gewinn soll weiter steigen. Zieht natürlich mit mit dem Umsatz. Wenn natürlich dementsprechend auch die Marge auf diesem Level bleiben kann, oder vielleicht sogar weiter steigt, sollte der Gewinn dementsprechend natürlich auch ansteigen. Und das sieht auch hier ganz interessant aus. Darauf will ich aber nochmal hinweisen. Wir sehen immer wieder, dass es gerade bei der Genauigkeit der Prognosen bei Siemens punkto Gewinn pro Aktie immer wieder zur Abweichung gekommen ist. Also 2022 zum Beispiel ist der Gewinn schlussendlich 25% schlechter ausgefallen, als man das erwartet hat. 2020 auch fast 9% schlechter, 2017 7% schlechter als erwartet. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so schlimm an, aber das führt dann auch immer mal wieder dazu, wenn Geschäftsergebnisse publiziert werden, dass das halt eine negative Überraschung mit sich bringt und ein Aktienkurs dadurch auch starken Schwankungen ausgesetzt ist. Und das ist auch genau der Grund. Ist ja relativ klar, wenn der Gewinn immer schwankt, dann ist es auch schwierig für Analysten, hier einen Gewinn relativ präzise vorherzusagen. Weil man so viele Bereiche hat bei Siemens. Jeder Bereich funktioniert wieder ein bisschen anders, ist wieder anderen Marktgeschehnissen ausgesetzt. Und da eine aussagekräftige Aussage zu tätigen, ist natürlich schwierig. Und jetzt hier deshalb auch die Gewinne in die Zukunft zu projizieren, das ist halt wirklich vielleicht für das nächste Jahr noch einigermassen präzise, für die nächsten zwei, drei Jahre meines Erachtens, ja, ist das schon ein sehr, sehr starkes Glaskugel-Lesen. Und da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das genau dann auch so eintrifft. Da gibt es Unternehmen, wo das Ganze wesentlich besser prognostizierbar ist. Die Dividende, das wird viele wieder freuen. Wir haben eine Dividendenrendite aktuell von 2,6%. Wir haben eine relativ tiefe Aufschüttungsquote von 43%. Also das ist sehr schön zu sehen. Bei so einem alteingesessenen Unternehmen sieht man häufig viel höhere Ausschüttungsquoten. Das bedeutet nichts anderes, dass man mehr als die Hälfte des Gewinns, das erzielt wird, kann man für andere Dinge verwenden, wird nicht ausgeschüttet, fliesst schlussendlich in Übernahmen rein, fliesst in Innovation rein, fliesst in Aktienrückkäufe rein. Das ist natürlich auch immer schön für den Aktienkurs. Das sehe ich ganz gerne. Hingegen muss man einfach ganz klar sagen, der Zuwachs der Dividende ist natürlich auch nicht raketenhaft. In den letzten fünf Jahren ist die Dividende im Schnitt um etwa 2,7% pro Jahr gestiegen. Also für Dividendenwachstumsinvestoren ist das vielleicht nicht die richtige Aktie, um sich ins Portfolio zu holen. Man hat zwar bereits jetzt eine ordentliche Dividende, aber dass die jetzt wahnsinnig stark ansteigen wird, davon kann man dann schlussendlich nicht ausgehen. Die Prognosen sehen jetzt zwar schon danach aus, dass das ein bisschen stärker anzieht, die Dividende. Also von dem her denke ich, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Wachstum sehen werden. Und dementsprechend dann auch die Dividendenrendite. Wenn jetzt der Aktienkurs auf diesem Level bleiben sollte, würde die Dividendenrendite natürlich deutlich dann auch anziehen. Also das Bild sicher ganz interessant. Die Kombination gefällt mir ganz gut. Man hat einen guten Mix gefunden aus Ausschütten, Aktienrückkäufen und aber auch trotzdem genügend Puffe zu haben, um schlussendlich dann auch vielleicht seine Schulden mal zu reduzieren. Hier kommen wir gleich zum Thema Verschuldung, Bilanz. Also wir haben eine solide Bilanz bei Siemens. Wir haben, erwähnenswert ist sicher, dass wir verzinste Schulden haben, im Umfang von etwa 46,6 Milliarden Euro. Das ist natürlich nicht wenig. Aber wenn man das natürlich dann auch wieder relativiert, wir haben gesehen, Free Cashflow etwa 8,8 Milliarden Euro. Der wird dann jetzt effektiv per Ende des Geschäftsjahres, nach den definitiven Zahlen, sollte er sogar bei etwa 10 Milliarden dann liegen, was wir vorhin gesehen haben. Dann muss man das Ganze relativieren, weil man könnte dann durch den Free Cashflow seiner verzinsten Schulden schlussendlich in 5,2 Jahren oder dann entsprechend sogar noch in geringerer Zeit zurückzahlen, wenn man das wollte. Das ist ein rein theoretischer Wert. Aber das ist sehr interessant, für mich eine gute Kennzahl, um zu sehen, wie ein Unternehmen von der Verschuldung her dasteht. Weil alleine zu sagen, ja, wir haben jetzt eine Verschuldung von 32 Prozent vom Gesamtvermögen, ist halt relativ wenig aussagekräftig. Da spielt halt schlussendlich auch der Cashflow mit rein. Wie schnell könnte man die Schulden reduzieren? Was fliesst Geld ins Unternehmen, um seine Schulden tilgen zu können, wenn man das wollte? Macht aber natürlich auch nur Sinn, wenn irgendwann die Zinsen massiv ansteigen und das aufs Ergebnis drückt. Solange man die Zinsen tief halten kann, hat man auch nicht wahnsinnig hohe Ambitionen, die Schulden zu tilgen. Also es ist wirklich ein schöner Mix. Das muss man ein bisschen verstehen, das muss man ein bisschen aus Erfahrungen, ein bisschen schauen, worauf muss man achten, damit die Kombination aus Schulden, Tilgungskraft, dass das alles im gesunden Verhältnis ist. Und das ist für mich immer wirklich sehr spannend zu sehen und gibt mir immer wieder sehr viel Sicherheit beim Unternehmen, wenn ich hier so einen guten Mix sehe. Also von dem her gesehen, eben die Schulden sind auch durch das Kernvermögen gedeckt. Die Verschuldung prozentual ist seit 2020 eher leicht rückläufig. Und das Gutwill-Risiko, aktuell ein Gutwill von 32 Milliarden ist natürlich auch nicht wenig, aber für mich auch überschaubar, weil der Gutwill ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern über viele Jahre und Jahrzehnte hat sich der aufgebaut, aufgrund von immer wieder kleineren Übernahmen. Und dem her ist das für mich auch eine gesunde Entwicklung, nichts Besorgniserregendes. Aktienrückkäufe gibt es bei Siemens auch. Hier beim Peak 2007 waren das etwa 935 Millionen Aktien, die am Markt erhältlich waren. Stand heute sind das etwa 800 Millionen, etwas mehr als 800 Millionen. Also hier gab es immer wieder kontinuierlich Aktienrückkäufe und das ist genau das, was ich sage, der gesunde Mix. Durch das, dass man nicht so viel Dividende ausschüttet, hat man auch natürlich mehr Kapital zur Verfügung, um auch Aktienrückkäufe zu tätigen. Das ist auch grundsätzlich positiv für den Aktienkurs und für viele Aktionäre, aber auch steuerlich durchaus attraktiver und somit für mich eine gesunde Entwicklung. Was meinen die Analysten da draussen zur Aktie von Siemens? Da kann man durchaus sagen, dass die Analysten relativ euphorisch sind, dass der Grossteil, fast alle, empfehlen, die Aktie zu kaufen, einige wenige zu halten und lediglich ein Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Das Kursziel über die nächsten zwölf Monate liegt bei 186 Euro. Das wäre jetzt Stand heute plus minus eine Rendite von 16 Prozent, die man hier der Aktie noch zutraut. Da würde ich aber aufpassen, da würde ich gar nicht so viel Wert auf diese Zahl legen. Mir geht es wirklich darum zu sehen, grundsätzlich ist man hier optimistisch gestimmt, man sieht offenbar keine grossen Probleme, man sieht offenbar keine massive Überbewertung. Ansonsten würden hier nicht so viele Kaufempfehlungen ausgesprochen werden. Genau. Jetzt werfen wir einen Blick auf den fairen Wert von Siemens. Und zwar orientieren wir uns hier am bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Und da sehen wir eigentlich folgendes Bild, dass grundsätzlich vom Aktienkurs immer wieder Schwankungen, die Aktie orientiert sich aber immer wieder diesem fairen Wert, es gibt mal wieder grosse Übertreibungen, dann korrigiert das wieder. Stand heute, muss man sagen, sind wir relativ fair bewertet, sogar jetzt mit der letzten Korrektur. Also per Ende Jahr sind wir genau an diese faire Bewertung wieder hingelaufen. Das war aber ein Widerstandsbereich, den man auch gesehen hat von der technischen Analyse her. Jetzt gibt es hier eine Reaktion, eine kleine Korrektur. Und Stand heute sind wir rein aus fundamentaler Perspektive relativ attraktiv bewertet. Wieso sage ich relativ attraktiv bewertet? Weil es halt eben, wie wir zuvor schon besprochen haben, gar nicht mal so einfach ist, einen fairen Wert zu bestimmen. Der faire Wert einer Aktie, gerade bemessen an egal welcher Kennzahl, bleiben wir jetzt beim KGV, ist vor allem dann aussagekräftig, wenn wir eine relativ lineare Entwicklung des Geschäftsmodells haben. Eine relativ lineare Entwicklung des Gewinns. Dadurch lässt sich sagen, okay, wir haben ein Geschäftsmodell, das entwickelt sich relativ krisenresistent, immer etwa gleich. Wir sehen ein konstantes Wachstum des Gewinns. Dann kann man natürlich solche Prognosen dann für die nächsten Jahre auch tätigen. Bei Siemens haben wir aber gesehen, aus den Learnings aus den letzten Jahren, dass das Ganze halt nicht so einfach prognostizierbar ist, dass es immer wieder grosse Schwankungen beim Gewinn gibt. Und deshalb ist dieser faire Wert auch wirklich nur als ganz, ganz grobe Richtlinie zu betrachten. Denn Stand jetzt würden wir hier für die nächsten Jahre eine Rendite pro Jahr von etwa 15 bis 16 Prozent pro Jahr sehen, weil halt die Prognosen jetzt doch relativ optimistisch ausgefallen sind für die nächsten Jahre. Da wir aber in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass die Prognosen auch mal deutlich verfehlt werden, ist es halt sehr gefährlich, jetzt von so einer Rendite auszugehen. Also deshalb hier mein Warnhinweis. Achtung, die Verlässlichkeit der Prognosen ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Deshalb soll man das eher so als groben Richtwert betrachten. Dass wir Stand heute relativ fair bewertet sind, das lässt sich mit Sicherheit so festlegen. Dass jetzt aber hier der faire Wert sich in die Zukunft projizieren lässt, davon würde ich eher ein bisschen mich distanzieren und vielleicht von einer etwas tieferen Rendite ausgehen und nicht von diesen 15, 16 Prozent. Wahrscheinlich eher das, was wir jetzt auch im historischen Kontext in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Acht, neun Prozent sind meines Erachtens absolut realistisch, weil das Geschäftsmodell einfach sehr gut aufgestellt ist. Genau. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf die technische Analyse. Vielleicht können wir daraus noch etwas lesen. Und zwar sehen wir jetzt hier einen relativ langen Wochenchart. Also quasi jede Kerze, die wir hier sehen, die da hier involviert ist, widerspiegelt eine Woche. Dementsprechend haben wir einen Zeithorizont von 2000 bis heute. Und da sehen wir hier doch so einen gewissen Korridor, der hier ersichtlich ist, wo wir gerade beim oberen Bereich sehr spannende Erkenntnisse herauslesen können. Jedes Mal, wenn wir an diesen Korridor, im oberen Bereich des Korridors hingelaufen sind, hat das dann auch wieder Abverkäufe und Gewinnmitnahmen mit sich gebracht. Wirklich immer wieder. Und Stand heute sind wir genau wieder an diesem Bereich abgeprallt. Das, was ich gesagt habe, das hat man jetzt ein Stück weit auch so vorhersehen können. Kann natürlich immer sein, dass wir irgendwann mal aus diesem Korridor ausbrechen. Aber rein statistisch gesehen wäre das jetzt so ein Warnhinweis, wo man sagen kann, wenn ich es schon sehe, dass hier so ein Widerstand vorhanden ist, dann sollte man diesen vielleicht auch nutzen, um mal Gewinnmitnahmen zu realisieren. Oder bestimmt nicht auf diesem Level frisch einzusteigen, weil die Gefahr halt sehr gross ist, dass da wieder viele Gewinnmitnahmen kommen. Was wir aber sehen, ist die 200-Wochen-Linie. Die zeigt schön nach oben. Also der langfristige Chart und der langfristige Aufwärtstrend ist gegeben, aber halt sehr volatil. Wir sehen wirklich diese sehr starken Schwankungen. Immer wieder Schwankungen von 40, 50 Prozent. Und da ist es dann schon relevant, wenn man dann entscheidet, wenn man an diesen oberen Bereichen einsteigt und weiss, dass die Aktie sehr volatil ist, muss man halt auch damit rechnen, dass halt auch mal wieder so eine grössere Korrektur kommt. Das heisst nicht, dass es kommen muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach definitiv da. Und dann macht es durchaus mehr Sinn, sich eine Siemens ins Portfolio zu holen, wenn so eine Korrektur stattgefunden hat und danach wieder ein Aufwärtstrend sich etabliert. Und das passiert ja laufend. Also wenn man sich das mal so im Bilde ist, dann sollte man sich vielleicht eher so positionieren und seine Einstiege dann entsprechend finden. Das Ganze jetzt hier im Tageschart, in einer verkürzten Perspektive von 2017. Auch da sehen wir jetzt einen spannenden Korridor, der sich hier entwickelt. Zunächst sehen wir hier wieder den Deckel hier oben. Das entspricht auch quasi dieses Widerstands, das wir aus dem sehr langfristigen Chart sehen. Auf der unteren Seite sehen wir jetzt aber hier quasi so eine Unterstützung, die sich jetzt hier schon viermal bestätigt hat. Und jetzt sehen wir hier quasi wie so ein Keil, der sich nach oben hin wegzieht. Von dem her, das gibt einem so eine gewisse Orientierung, wie in welchem Range sich die Aktie auch befinden oder entwickeln könnte. Also ich gehe jetzt gar nicht weiter auf einen Detail. Ihr könnt euch das selbst mal überlegen, was das bedeuten könnte, wie weit könnte die Aktie fallen, wo könnte man sich entwickeln. Was sicher erwähnenswert ist, was spannend wird, wenn wir dann wirklich mal aus diesem Korridor nach oben ausbrechen, dann ist es sehr spannend, weil die Aktie ist ja eigentlich fundamental interessant bewertet. Das heisst, aus fundamentaler Perspektive hätte man durchaus Potenzial nach oben. Technisch sehen wir jetzt diesen Widerstand. Und wenn so einen Widerstand mal auch wirklich nachhaltig durchbrochen wird, also wenn wir jetzt da oben rausgehen, vielleicht dann eine Korridor kommt und dann wieder das Ganze aufgekauft wird, dann sind das oftmals auch aus dem Trading-Aspekt, aber natürlich auch für Investoren immer sehr schöne Gelegenheiten, um sich dann aufzubauen. Solange das nicht passiert, solange wir jetzt hier diese Reaktion hier sehen, und dieses Abprallen, da würde ich hier eher vorsichtig sein. Genau, was wir hier auch noch sehr schön sehen, ist mal, ich kombiniere immer relativ wenige Aspekte der technischen Analyse. Das ist für mich der Trendverlauf, die Markttechnik. Dann sind es aber auch gleitende Durchschnitte, wo ich immer wieder drauf schaue. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, rein einfach, wann hat es in den letzten Jahren durchaus Sinn gemacht, Einstiege zu finden, dann war das immer ganz interessant, wenn zum Beispiel ein 50er-Gleitender-Durchschnitt, den 200er-Gleitender-Durchschnitt von unten her geschnitten hat. Also es ist genau eigentlich quasi nichts anderes als, wenn wir aus einer Korrektur herauskommen, das Ganze wieder sich ein Aufwärtstrend bildet und dann natürlich niemals den Boden, den wird man selten treffen. Aber wenn man dann selbst in diesen Bereichen noch einsteigt oder auch hier wieder dieser Schnittpunkt, dann weiss man im Prinzip schon mal, okay, der Abwärtstrend ist beendet, wir befinden uns wieder in einem Aufwärtstrend. Wenn man sich dann einkauft, hat das einfach psychologisch sehr schöne Aspekte, die das mit sich bringt. Man greift nicht ins fallende Messer, hat dann tendenziell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dann auch die Aktienkurse weiter steigen. Das ist einfach mental sehr befriedigend. Und das waren jetzt hier quasi drei Mal in den letzten zwei, drei Jahren, wo man hier Gelegenheiten hatte. Und die Gelegenheiten werden definitiv auch wieder kommen, wo das Ganze hier, wo man das wirklich sehr schön anwenden kann, dass jetzt hier bei Siemens, bei so einer volatilen Aktie durchaus einmal spannend, sich das mal hier anzuschauen, wie man hier Einstiege finden könnte. Genau. Also das Ganze natürlich wie immer keine Anlageberatung, das ist lediglich meine persönliche Meinung, das ist meine Vorgehensweise, die ich jetzt hier euch wiedergebe, die ich auch mit meinen Kursteilnehmern genauso bespeche, genauso beibringe, wie man das erlernen kann, wie man solche Einstiegspunkte definieren kann. Jede Aktie hat quasi wieder eine andere Charakteristika und da muss man auch darauf schauen, welches Signal eignet sich jetzt für welche Aktie. Und ich würde hier immer mich distanzieren von zu vielen Indikatoren, weil es gibt tausende Indikatoren, die einen nur verwirren. Im Prinzip sind das einige wenige, die man für sich verwenden kann, wenn man als Investor tätig ist. Und genau das zeige ich meinen Teilnehmern im Coaching. Und wenn euch das interessiert, wisst ihr, schaut mal vorbei auf www.matthiaschristen.com Meldet euch einfach mal an für ein unverbindliches Beratungsgespräch, dann sprechen wir genau mal darüber, wie das funktionieren könnte. Also kommen wir aber zum Fazit. Für mich Siemens ein absolut gut positioniertes Unternehmen. Man ist gut gerüstet für die Zukunft. Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das werden Themen sein, die werden nach wie vor wichtig bleiben, wichtiger denn je. Da ist man gut aufgestellt. Man ist weltweit auch gut diversifiziert in verschiedenen Bereichen. So ziemlich in jedem Markt ist man präsent. Wir haben eine solide Bilanz, eine gesunde Verschuldung. Wir sind nicht überschuldet. Das heisst, auch wenn jetzt irgendwann mal wieder Zinsproblematiken auftauchen, die Zinsen stark ansteigen, hat man Spielraum bei Siemens. Man könnte die Schulden sehr schnell reduzieren. Man hätte aber auch genug Liquidität, genug Gewinn, Cashflow, um mit dieser Situation auch umgehen zu können. Hohe Tilgungskraft, das ist genau das. Wir haben auch einen langfristigen Aufwärtstrend bei der Aktie, aus technischer Perspektive, die intakt ist. Wir sehen kurzfristig eigentlich nach wie vor auch einen intakten Aufwärtstrend, sind aber, um das negativ zu nennen, auch an diesen Widerstand jetzt hingelaufen und abgeprallt. Das heisst, da würde ich jetzt eher vorsichtig sein und nicht in das fallende Messer greifen, sondern schauen, was jetzt als nächstes passiert. Können wir den Widerstand überwinden oder kommt es zunächst mal wieder eine grössere Gewinnmitnahme? Also eher der Moment, um hier abzuwarten. Für mich aber auch noch natürlich spannend zu erwähnen, das ist eine gute Aktie für Dividendeninvestoren. Ich würde hier einfach wirklich nochmal euch ans Herz legen, es ist keine Aktie, die man zu jedem Zeitpunkt kaufen sollte, wo man wirklich schaut, hey, immer wenn grössere Korrekturen stattgefunden haben, 20 Prozent, vielleicht einmal noch 15 Prozent und sich danach wieder eine gewisse Dynamik, ein gewisses Momentum entwickelt, immer wieder nachkaufen und dann hat man eher eine sehr schöne Dividendenrendite, die man sich ins Portfolio holen kann. Für das ist die Aktie durchaus sehr gut geeignet. Fundamental sind wir aktuell fair bewertet. Also von dem her gesehen, sind die Chancen natürlich intakt, dass wir den Widerstand auch mal endlich durchbrechen, weil wir wirklich in einer Situation sind, wo die Aktie durchaus interessant bewertet ist. Aktienrückkäufe stützen den Aktienkurs, das ist auch positiv zu werten. Negativ will ich einfach nochmal zum dritten Mal erwähnen, die Aktie ist sehr volatil, seid euch das bewusst. Wir sehen immer wieder grosse Schwankungen, 40, 50 Prozent sind nichts Ungewöhnliches bei Siemens. Von dem her wirklich, Timing ist hier tatsächlich sehr wertvoll bei dieser Aktie. Es gibt Aktien, wo vom Verlauf her deutlich weniger stark schwanken, deutlich konstanter sind. Dann ist das Timing, wenn du einsteigst, weniger relevant. Aber hier bei Siemens für mich hat absolut hohe Priorität. Die Gewinn- und Umsatzentwicklung, vor allem die Gewinnentwicklung, deshalb auch sehr schwer prognostizierbar, weil man ein zyklisches Businessmodell hat, deshalb auch die Gewinnentwicklung sehr stark schwankend. Daraus lässt sich der faire Wert nur relativ schwer bestimmen. Man sollte jetzt nicht hier hingehen und sich den fairen Werten die Zukunft projizieren und sehen 15, 16 Prozent aufs Jahr für die nächsten zwei, drei Jahre. Da würde ich eher davon abraten. Genau. Das sind so die Punkte, die ich sehe bei Siemens. Also ein sehr solides Unternehmen. Kein Unternehmen, das jetzt quasi am Ende angelangt ist, meiner Meinung nach, obwohl es ein sehr alteingesessenes Unternehmen ist. Man hat nach wie vor Potenzial. Das Potenzial ist aber natürlich begrenzt. Also wir haben jetzt hier kein Technologieunternehmen, wo man jetzt sagen kann, wir sehen jetzt 20, 25 Prozent Gewinnwachstum aufs Jahr. Entsprechend haben wir auch Renditeerwartungen bei einer Aktie von 12, 13, 14, 15 Prozent jährlich. Das werden wir bei Siemens in absehbarer Zeit nicht sehen. Kurzfristig kann es natürlich immer sein, wie dieses Jahr. Wenn wir natürlich aus einer Korrektur rauskommen und uns da gut positionieren können, dann liegen auch mal 19 Prozent drin, wie wir im Jahr 2023 gesehen haben. Genau. Also das zu meinem Fazit. Wenn euch diese Analyse gefallen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir ein Like da lässt, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und schreibt vielleicht auch mal hin, was ihr von Siemens haltet oder ob ihr andere Alternativen habt, die für euch mehr Sinn machen. Ich persönlich bin nicht investiert in Siemens. Finde es ein interessantes Unternehmen. Da ich aber keinen Fokus auf Dividendenaktien lege, hat es für mich keine Priorität. Und ich sehe hier Unternehmen aus dem ähnlichen Segment, wo ich mehr Potenzial sehe. Wenn du für dich lernen willst, wie man Aktien analysiert, wie man zunächst mal überhaupt entscheidet und eine Grundstrategie für sich definiert. Bin ich Dividendeninvestor? Bin ich Wachstumsinvestor? Habe ich eine Mischung Dividenden-Wachstum? Oder bin ich sogar eher interessiert an einem kurzfristigen Trading-Ansatz? Dann schau mal vorbei auf www.matthiaschristen.com. Melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Da zeige ich dir mal auf, wo du stehst, wo du vielleicht noch Wissenslücken hast, wie ich dir weiterhelfen kann. Das Ganze ganz unverbindlich. Du kannst nur davon profitieren. Ich freue mich immer auf Kontaktaufnahmen. Nimm das Angebot wahr. Ich würde mich sehr freuen. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und auf viele weitere Videos auf diesem Kanal. Dein Matthias Christen.